Es ist ja in der Sonnensitzung. Wir sind wirklich wieder uns anbieten, dass es unsere Übelnächste ist in der Nummer 1, 2017. Und ankommen! Bis zum nächsten Mal! Alles braucht jetzt in der Runde, aber es ist nicht gut. Frau Franz, die Dipski, wie wir sagen, wie weit geht's? Ja, und wie geht's? Ja, und wie geht's? Jetzt ist es ein Herzrecht. Ja, sehen wir jetzt noch mal an den Wienergründen. Spannend, wie geht's? Was konnte ich vermlighten? Esουν das Ausdبد, wenn wir zum normalen Frechstischen? In diesercke ausazione sorry für dich eine Frechstischeührung. Es geht um das Paulo, aber sehr bewusst jeden기가 – er ist als Canstrand dieser Verkaufs, sie werden betroffen. Dann war Definitely an der. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Und jetzt kommt der Sprung in die Tiefe der Wisconsin-Klasse. Bei den dreien Berichterstattung gibt es einen Platz dort an der Region des Weißverfahren, die Kampfgeschraubung ist über der Schraubung zu tun. Jawohl, sehr klar. Ein Erfahrendes Publikum, das weiß ich, aber die muss es zu tun. Zunächst, wenn Sie eine Minute 17 Sekunden, das in der letzten Sektion noch was verloren gehört hat. Wir haben die ganz einfach ganz traurig zu tun. So können wir nicht über das Siegner in Israel. Es ist niemand, der gekommen ist. So haben wir auch alle und den Schreiber zu bekommen, dass wir den Schreiber ein auszugehen können. Der Schreiber ist ein Schreiber zu geben. Sie sind die Graschen, die wir nicht mehr bringen. Sie sind die Graschen. Und die Strafaktion, die wir nicht mehr wollen. Sie sind die Graschen und die Graschen nicht mehr. Ich bin die Graschen. Sie sind die Graschen. Sie sind die Graschen. Applaus Jetzt bei Feuerwasser auf dem Baum steht er auf. Dort müssen wir auf der Aschinen gehen und die meisten durchfahren und drüber springen. Haben wir noch einige Ausfälle gemacht? Ja, das ist der große Unterschied zwischen 3,7 und 3,5. Und wir fahren in der nächsten Runde von 4,5. Wir sehen uns wieder. Und er hat uns wieder aufgebaut. Und er hat uns wieder aufgebaut. Komm, wir hören uns das. Der nächste Lied ist der Lied und der letzte Lied ist der Lied. Jetzt haben wir uns. Das war ein Führer-Panzi-Mehrer. Ich bin froh, dass es heute Abend ist, oder? Ich bin froh, dass ihr im Gegenteil gefasst habt. Ich bin froh, dass ihr in der ersten Reihe seid. Jaaa! Jaaa! Wir haben uns, wir haben uns hier. Und, auf der Fall. Es ist ein bisschen mehr, ich bin doch. Jaaa! 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 Es ist ein bisschen mehr, das ist gut. Das ist gut. Jaaa! Jaaa! Immer wieder so können wir auch in der Augen abweisen können, das ist meine Sache. Ich glaube, der Marcel, eine der war, aber ich bin mir so gut bezahlt, das heute hier ist so ganz wichtig. Wir sind natürlich besonders gespannt, ob das Zielstärke ist, dass es dann auch die Starteinholung für Runde 2 gibt. Ich glaube, der hat das Ziel in der Runde 2.0. Ich glaube, dass das Ziel ist. Das Ziel ist, dass wir uns jetzt wiederholen. Und das Ziel ist, dass wir uns jetzt wiederholen können. Wir sind jetzt wiederholen. Das ist eine schwierige Sektion am Fuss. Das ist Timo Barrio, die hat sich ja gleich gesehen. Aus der Sektion aus, zur Gewohnheit der dritten Sektion, aus der Rau. Ich sage dir, denken muss darum, was für ein Großdemokrat hier in der Neustadt aufgebaut worden ist in der Sektion. Das ist der absolute Glückwunsch. Er ist, muss man sagen, alt. Er ist auch nicht der Nächste. Ich denke, 46 Jahre alt ist. Jetzt werden wir es wissen. Geben Sie! Sie sind geschafft! Ja! Ich bleibe bei Ihnen. Wir haben das doch sein. Ich glaube schon! Eins emotional! Eins klar! Wir haben unsere Kälte in deretti und wir brauchen ihre Kälte deswegen.